Guten Morgen, euer Zero hier und herzlich willkommen zum 6. Dezember, dem 6. Türchen, das wir heute öffnen. Auch gestern hatten wir schon ein Türchen aufgemacht und gestern gab es wieder mal ein Spiel zu gewinnen bzw. zu finden, wo ihr den Key finden konntet. Das werdet ihr heute hier sehen. Ihr seht schon, ich versuche ein bisschen Variation hinzukriegen. Es war diesmal ein bisschen tricky, weil es nur ganz kurz zu sehen war, aber dennoch, es war gut zu erkennen. Wir wollen heute natürlich das 6. Türchen öffnen, doch vorher, lasst mich nochmal sagen, bald ist der 24. Dezember. Ihr könnt euch noch ein Spiel wünschen. Bis zum 22. Dezember habt ihr Zeit, Center Zero einen Brief zu schreiben an zerooneup.al.de Und wenn ihr einen guten Brief schreibt, dann werde ich euch raussuchen und euch euer Spiel schenken. Doch kommen wir erstmal zu Türchen Nummer 6. Da kommt schon der Adventskalender an. Da sehen wir Türchen Nummer 6. Wir öffnen Türchen Nummer 6 und da drin befindet sich wie immer zwei Drittel des Keys, den wir heute zu finden haben. Den letzten Drittel, den gibt es heute zu finden. Den Rest habt ihr ja schon gesehen. Das Ganze läuft so ab für alle Neuen. In den drei Videos 14 Uhr, 16 Uhr und 18 Uhr ist ein Key versteckt. Und zwar der letzte Drittel des Keys. Wenn ihr den findet, müsst ihr es einfach nur zusammenpacken, bei Steam eingeben. Und dann könnt ihr euch nämlich erfreuen an einem neuen Spiel, das ich euch besorgt habe. Ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen Tag und denkt immer daran. Ein Bro trägt niemals Socken zu Sandalen. Er entscheidet sich einmal für einen bestimmten Schuhstil und bleibt ihm dann immer treu. Haut rein, euer Zero. Tschüss.